Hallo und willkommen zurück zu Aegis Defenders. Oh mein Gott, es geht weiter. Okay, ich bin hingegen. Gehen wir zum Gipfel, zum Snowfly-Gipfel? Ja, warum nicht? Ich bin toll dort. Oh mein Gott, ein Luftschiff. Der Schrei der Schneefliege. Das war einst ein wunderschönes Lied. Vom Berg. Ein Zeichen von Frühling. Was heißt denn Elgany? Ich würde es jetzt hier als Schmerz übersetzen. Okay, dann schreibe ich schon jetzt. Oder Qual, ich glaube Qual ist es, ja. Fast das Gleiche. Äh, nope ist die Antwort die du suchst. Okay. Du hinkst als möchtest und so. Du bist richtig. Äh, du bist richtig, äh. Du hast recht. Es wurde zu einem Berserker. Wie, äh, die anderen bestieren. Oh mein Gott. Gibt es wirklich eine Ausgabe? Hey, ähm. Äh, tut mir leid euch zu unterbrechen. Während ihr da so drüber nachdenkt, aber... Get it done. Macht euch gefälligst nützlich und verteidigt meine Karawane. Oh mein Gott. Äh, richtig. Tut mir leid Ember. Äh, gut. Ich muss, äh, ich muss den Motor aufwärmen, wenn wir hier rausfliegen wollen. Wir werden also sehr langsam fliegen am Anfang. Bestützt das Schiff. Äh, ja man. Ähm. Oh mein Gott, du darfst mir hier bauen? Du kannst den verlassen? Benutz den Typen und saug alles ein. Achso. Agreed. Ja. Es ist eine Art von Defensor, wir fahren jetzt weg. Ich liebe es. Ah, das. Ah, okay. Achso, wir schützen uns vor der Krabbe. Cool, das ist sinnvoll. Da sind Spawn-Bereiche. Ich scoute mal ein bisschen ahead und ich bin eh, oh mein Gott, das wird sehr beunruhigend. Alter. Oh mein Gott, Alter. Hm. Grandpa! Ja, ich hab extra Kohle eingesammelt. Loser! Okay. Okay, gut, mach das zu. Aua. Nein! Spring da nicht runter! Okay, wir haben ihn umgebracht. Ja, wie er? Ich? Ich bin doch jetzt der Mönch. Achso, du bist der Mönch. Okay, schon. Ja, der Typ ist bei dir einfach so aus Verteidigung. Oh mein Gott, siehst du das riesen Vieh im Hintergrund. Okay, gut. Also die Türen zu schließen ist eh, auf jeden Fall sinnvoll. Da oben war ich schon. Mein Block ist ja noch drauf. Okay. Hier ist jetzt ein Bowl da. Den können wir nutzen, vermutlich. Ah! Der, unser, oh mein Gott, unser Kumpel ist eh, etwas, etwas hinterherhinkend gewesen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Äh, wie benutzen wir den Boulder am besten? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass hier ein Relikt ist. Ich habe ihn jetzt da mal rübergerollt. Ich weiß aber nicht, wie sind wir das? Eins von zwei. Okay, es sind weniger. Acht Wellen sind das insgesamt. Okay, nächste Welle, Stadel. Ritter schon. Ich vermisse meinen Boulder. Oh nein, 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 nein. Nein! Oh Gott, Alter, jetzt haben wir ihr Lebenspunkt verloren. Nein! Roll nicht da rein! Ja, das hier werden wir, glaube ich, auch öfters machen. Aber, aber egal. Eigentlich müssen wir Türme platzieren. Aber ich bin total stressbar. Er tanzt nach dem Kontakt fahren. Ja, ich meine, können wir denn einen Turm mitnehmen? Auch bei ihr? Meinst du, wer den raufbauen? Keine Ahnung, kannst du mal probieren. Er fliegt weg. Ah, das ist bei seinen Turm aber normal. Setz du bitte deinen Eis. Ich will das vereisen. Also die Bombe bleibt hier. Gut. Ich weiß nicht, ob der Eis-Turm dann hier bleiben würde. Ich weiß nicht, der Typ ist da oben. Nein. Scheiße, wir sind tot. Oh shit, ich hab grad nicht drauf geachtet. Das ist echt anstrengend. Wir haben keine Bauphase, wir fahren ja konstant. Wie geil, Lein. Wie geil. Ich kann mich nicht beschweren. Okay, Mönch ist bei dir dabei. Na ja, hier. Okay. Oh, wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Hä, ich weiß auch nicht. Hilfe, Spiel. Mein Charakter läuft einfach nur und läuft und läuft. Ja, das seh ich. Hallo? Ich kann auch nicht Start drücken. Okay, das... Okay, das hat funktioniert. Ah, okay, ich bin wieder da. Ich hab ESC auf der Tastatur gedrückt. Keine Ahnung, was das war. Ich sperre ihn mal schneller aus. Ah ja, tu das. Okay, ähm... Oh nein. Ah, die Viecher, die Viecher. Die Viecher sind schneller als... Ja, das wird nicht mehr. Oh mein Gott, ja. Ich hoffe, ich kann da drauf stehen. Nein, natürlich nicht. Äh, wenn du die... Wenn du ne Eis... Äh, Eis... Na, du weißt schon. Ich will... Ich will das bauen, was ich gesagt habe. Also wenn du beim Schiff... Du brauchst nen Block, um da hochzukommen, denke ich. Ich hab's nicht ohne geschafft. Ja? Das heißt, ich kann meinen Eisblock jetzt bauen. 10 von 10, wir sollten auf jeden Fall... Eisblock bauen. Ah. Ah. Hä? Willst du mich verarschen? Ja, ja. Bau. Hä? Oh mein Gott, was? Achso, ich hab schon wieder geragelt. Herz mich nicht. Biete mir das doch an, wenn ich da stehe! Was ist denn da vom Leben? Ja, ist doch da! Ja! Ja, jetzt! Jetzt 20 Male nicht! Hm? Hä? What is it about? Nein! Aua! Ja! Block! Halt sie auf! Ja, das ist gut. Ich glaub, die Gelben benutzen wir nur für... den Block. Ok, wir haben da oben nen Felsen. Den können wir jetzt kurz benutzen für die da. Ah, ja, Block. Sehr gut. Oh, neuer, neuer Felsen. Felsen wird der Gedanke. Ja, wir haben gerade ein Leben verloren. Oh, scheiße. Ich bin nicht sicher, ob die Spikes hier zu verziehen sind. Hier war ein Relikt voll. 3 von 8. Oh mein Gott, ey. Sie wird einfach nicht schneller! Hm. Ah. Oh, scheiße. Die kommt hier, glaub ich auch, oder? Der hat sich umgedreht, hä? Ah, aber die da! Oh, sehr gut. Okay. Ja, der Block wird helfen. So. Okay. Der nächste Hälfte wird helfen. Ähm. Ich. Ich weiß nicht, was die Kick nicht tun soll. Ich überfordere mich, die scheiß Fische. Komischer Typ, bleiben wir stehen. Wir müssen ja wieder Feuer innen. Wir müssen ja wieder Feuer innen. Okay. Also, die hier sollten wir... Die da oben sollten wir blocken. Oh, wir leben noch. Wir brauchen den verdammten Hälter, der sich wehren kann. Kann ich nicht dagegen tun? Das ist tot. Wir brauchen alle gelben Blöcke, um irgendwie alle Eingänge abzusperren oder so. Um uns Zeit zu verschaffen. Das hat vielleicht echt Sinn, dass wir deren Tankiness noch ein paar Mal leveln. Aber wir haben es ja... Erstmal probieren wir es mal so. Checkpoint? Gab es denn im Level einen Checkpoint? Da sind wir nicht immer am Anfang. Keine Ahnung. Das sieht mir wieder am Anfang aus. Das sieht mir wieder am Anfang aus. Das sieht mir wieder am Anfang aus. Ah, hier. Ich habe mir die Hände gestellt. Ich habe nur einen Hit nötig. Aber mach deine Bombe und dann werde ich mal ganz vorsichtig. Das ist auch die einzige Stelle. Es hat... Woanders konnte ich quasi nicht upgraden. Du musst draufstehen. Ja, mach. Ja, gut. Oh, hat gezählt. So, aber vielleicht noch einen anderen. Auch hier, weil ich glaube, hier ist noch Platz an sich. Ja, wenn es klappt, dann drei Stück. Ach so, du willst dreimal den haben, okay. Ich will nichts anderes als Zeit verschaffen. Ja, okay. Der geht weg. Der hat sich jetzt nicht gescheit platziert, wie es scheint. Ja, der will nicht. Ja. Okay, der ist drauf. Ja. 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 Ja, dann... ... haben wir nicht mehr erwischt. Ja. Okay, jetzt sind drei Bomben hier drauf. Aua. Oh, glaub ich werde leben vorher. Aua, scheiße. Was zur Hölle? Ja, ich hab da Bummen gemacht und du bist natürlich da genau hingegangen. Ja, ich hab grad Charakter gewechselt und wollte loslaufen. Hey! Ja, der Mönch hilft dir. Ruf ihn ruhig zu dir. Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, Alter! Also da wäre ein Herz, das wäre gut, wenn wir das... Ja! Wielpöch! 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 Ja, schätze ich mal. Ist der da reingegangen? Oh mein Gott, Alter. Ich dachte nicht, dass der da reingeht. Ich hab' gewundert, dass du eine Katze da war. Oh mein Gott, Alter. Oh, Ritryon Hard. Jetzt bieten sie einem an, dass man runter wechselt. Nach drei Versuchen kommt. Das Problem ist ja eigentlich nur der Stress hier. Nicht wirklich die Stärke der Gegner. Ja, ja, wir müssen uns wohl mehr auf die Verteidigung konzentrieren. Ich hab halt grad versucht, diese Gänge vorne zu kopieren. Darfst du das Geld ein? Ja, ich weiß, wie wichtig dir das ist. Also das Eis scheint ja nicht... Also wir können hier hinten nichts bauen, oder? Das ist ja... Da kann man ja nicht mal drauf stehen. Okay. Wir haben jetzt schon mal drei hier. Ja. Wie du anst du dich upgraden kannst, wenn du Bock drauf hast. Ja, Moment. Ich wollte eigentlich den Charakter dort jetzt hinten stellen. Hm, top. Tür runterlassen. Okay, ich versuch für mein Bestes viele Drachis draus zu machen. Ja. Okay, das ist grad kein Drache. Jetzt ist ein Drache. Jetzt ist ein Drache. Ja, der schaut glaub ich in die falsche Richtung, aber... Ja, ist egal. Kommen wir sicher auf welche von der Seite. Nimm ihn ruhig mit. Wo fass ihn jetzt? Okay, ab jetzt ist ein Enemy Chase. Ich blocke sie. Ich will sie nicht auf uns fallen können. Ah, hier ist der da hinten worden. Wir müssen weg. Wir müssen nicht in unseren Unterflügel. Okay. Das sah doch ganz nice aus. Nimm das Mädel mit, oder? Ich nehm sie mit. Ich opfer das hier mal. Das ist echt die Richtung, die der ich's haben wollte. Ich weiß, egal. Okay, man kann hier mehrere neue Fugeln. Der braucht... Da unten... Der rennt gleich rein, oder... Die rennen beide gleich rein, oder... Okay, der ist sogar gestorben. Aber der hier unten rennt gleich rein. Ich blocke. Ich schau in die falsche Richtung. Kannst du den Felsen benutzen? So, hinten steht er. Okay. Ja, ich hab ihn nach rechts rausgerollt. Oh shit, der hält ja gar nicht hin. Äh... Oh. Das heißt, wir haben hier gleich ein Problem. Ich block sie mal so lang wie es geht, aber... Ich glaub nicht, dass... Das... Der Block wird das nicht ewig halten. Ich hoffe, du kommst zurecht. Oh, wir biegen nach unten ab. Das ist gut. Das ist nützlich. Ich hab die Eisblume mitgebracht. Da oben gleitet irgendwie so. Ja, genau. Nein, nein, dieser fucking Käfer! Aber das war aber unsere Lebenspunkte, nicht? Äh... Äh... Ja gut. Dann war es gar nicht so schlecht, weil dann ist er da, ich auch so gestorben bin. Hier! Pfeil! Pfeil drauf! Okay. Summle ein. Ja, das war kein Reaktor. Ja... Ja... Okay, das war kein Reaktor. nicht vergessen sozusagen schau mal die links habe ich gut geblockt scheinbar die da oben sind auch noch eine weile geblockt ich möchte ja gerne reparieren aber ich komme gerade nicht hoch ich reparier es ja oh shit wir brauchen hier einen block es hat geklappt glaube ich sieht so aus ich repariere es ich repariere es hau da ab fliegt ihr narren ich würde jetzt geld einsammeln wenn ich ehrlich bin aber da komme ich jetzt mal nicht okay oh shit shit wir gehen die blöcke aus schaufel ich habe kein blog mehr gut gut ich habe mich denn wollen wir hier spätestens haben gib mir den mensch er ist glaube ich frei oder folgt er mir etwa nein nein er folgt dir okay der typ steht jetzt hier zum blocken und ich feuer mal hier so ein bisschen ich hoffe wir haben genutzt oh shit du hättest das aufsprengen können dann wären sie jetzt da runter gefallen und das wäre echt nützlich wenn die graben kommen die graben kommen ja die graben sind ja shit ich sehe mich nicht mal mehr nein 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 das waren wieder unsere lebenspunkte fast schon ich will nicht sterben ich habe charakter gewechselt der kann ja nicht sterben denke ich hoffe ich keine ahnung okay wir kriegen gleich versuch von oben das ist denn da irgendwo was gelbes was das haben wir nur noch ein einziges haben wir diesen block gerade mitgenommen das ist feuer ich bräuchte herzen mann tropft mal ein herz für mich ich habe leider mit der schauung Ich hoffe nicht so, die wahnsinnige Reichweite Pass auf, der da! Ja, den haben wir noch erwischt Wir haben es, wir haben es geschafft Scheinbar Irgendwo war noch ein Relikt versteckt Gut, egal, aber wie geiles Level Ich freue mich drauf, das mit 100 Upgrades nochmal zu machen Ja, ja, wir kommen erst wieder rein, wenn wir alles haben, gefühlt Alright, der Engine ist bereit, okay Ja, der Ofen ist bereit Hier, wir, wir fliegen gleich los Es nähert sich uns Oh ja Wir werden sterben, wir werden sterben Gefühlt, ach Das getan habe, war falsch Wir werden für meine Sünden bestraft Ach, was Sei ruhig Ja, du übernimm mal, ich muss was trinken Sei ruhig, ah Was ist denn Skalking? Fang an zu helfen! Schneller, Emma, schneller! Suit yourself Ich mach's so schnell wie ich kann Ich mach's so schnell wie ich kann Ja Wir sind hier, crash landing, okay Salking ist so, sich selbst mitleiden Jeder hält sich fest Ja Schön Wo das dieses riesen Viechen im Hintergrund war Die Geburt eines Kaiserreichs Okay Imperiums Ohzai Ohzai Hoped to spread his message of rebellion Devils were not true gods But when Ohzai slayed the goddess Vara He did not anticipate the devotion of her followers Disgusted Ohzai decided they were beyond saving So, ab jetzt ist er nicht mehr einer von den guten He commanded his weapon, the Clarent, to slay them all I should have done something Something Loading Ah, ouch, wo sind wir? Clue! Clue, Clue, geht's dir gut? Das ist aber abend Nein, Grandpa Kann ich machen jetzt Ich kann ich nur mehr essen, okay? Clue! Meine Götter, sie ist Wer geht's? Hier! Du! Wach auf! Okay Äh Ich denke, ich kann noch ein Haar mehr haben Nein, Hayo, geht's dir gut? Äh, ja, ich... Ich denke mal Was passiert? Wo sind wir? Hm Wir müssen wohl in der Wüste eine Crashlandung hingelegt haben Die Nerys Wüste, so wie das ausschaut Wo ist denn Covo? Kann jemand Covo finden? Covo, richtig, richtig hier Hä? Hä? Oh nein, wo ist er? Er ist gleich hier, hat sie glaube ich gesagt Covo hatte den Ichorstein Sucht weiter Ja, sucht weiter Ähm Vielleicht ist er hier irgendwo vergraben What? Ich kann Covo nicht finden Ist nicht in der Liste Wie, was? Äh Äh, ja Das Gespräch ist... Es gehört noch nicht zu 4.1 Warte, warte Aber das gehört noch zu 3.3 Ja, hab ich mir auch gedacht, ha? Maybe Covo ist mit Amber Richtig Richtig Wahrscheinlich Äh Sie kümmert sich um ihn Exzellenter Gedanke Klug Ja, hoffen wir mal Auf mir mal, Amber Heidin Jetzt, äh Lass sie uns suchen, sobald wir bereit sind Ja Ja Okay Die Base ohne Amber, aber der Typ ist da Nick möchte auch mit uns sprechen Für 8 RP Ah, ja, hallo Hey Ruinjäger, ich hab was hier braucht Komm und schaut sich an Ja, sicher Das ist es worüber ich rede, yeah Ich hab hier das perfekte Ding für dich Ein Schildgenerator Aha Es Gibt euch ein extra Base-Heart Egal was ihr verteidigt Ja So, also solltest du es unbedingt kaufen oder so Unbedingt, äh, äh Geht's dir gut? Ja, pfff Schon in Ordnung, es ist nur Nein Und du musst jetzt sagen, are you okay? Äh What? Komm schon Spuck es aus Amber ist, äh, vor ein paar Tagen wütend auf mich geworden Ich... Möcht's Wiedergutmachen mit nem Geschenk, aber ich hab keine, keine Ahnung, was es hier geben soll Und du sagst jetzt So you really like her Yup Ja, ich denke schon Möchtest du, äh, äh, ähm, 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 einen Ratschlag? Ja Alright Das wäre unglaublich Sie hat zwei Katzen Okay Das stimmt wohl Cool Äh, deren Namen sind Jack und Trixie Die große und mächtige Trixie, haha Äh, ich denke, äh, äh, wenn du etwas für sie holst, also für die Katzen, dann wird sie's lieben Ja Richtig, richtig, das ist ein großartiger Tipp, äh, Clou Nicht der Rede wert Weißt du was, nimm diesen Schildgenerator, er geht aufs Haus Ohhhh Ja, das ist ja geil Oh, wirklich? Ja, wir haben die Möglichkeit, null Schicks zu zahlen Und das ist auch noch die Beste für die anderen Punkte? Ja, ja Ja, nice Ich, ich hab mich schon etwas aufgeregt, ähm, äh, nimm es als einen Weg von mir, danke zu sagen Genial Wow, danke für den Schildgenerator, Nick Ich mein, da steht jetzt nicht explizit, dass die anderen Möglichkeiten was zahlen müssen Aber die beste RP-Möglichkeit hat zufällig auch den, den kostenlosen Oh, was ist das? Ah Doppelt so schnell wie der Spirit-Torret Da ist er auch doppelt so stark 80 Leben, zwei Einhörer Er steht auch Circular Ja, also er ist einfach das gleiche, nur dass er doppelt so schnell feuert Was tatsächlich nützlich klingt Ahja Aber, ja, ich würde ihn jetzt nicht upgraden wollen, aber Ja, wir müssen ihn ja kaufen, oder nicht? Achso, kaufen, naja, gut, kaufen schon Ja, kaufen Wir müssen echt RP übrig lassen, um uns wenigstens alles kaufen zu können, oh mein Gott Ja, das ist halt irgendwie... Vor allem, wenn es teurer wird, was scheinbar der Fall ist Ja, aber was verkaufen wir denn jetzt? Extra Herz am Anfang für die Base Ja, das gibt's ja Max-Item auch Ja, 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 also... Oh, der Roboter ist nicht mehr da, also save ich jetzt quasi einfach noch so Ich schau mal, wann Nick nochmal kommt Bist du da hin? Der Roboter ist noch da! So, mal schauen wir uns Oh, nice Okay, es gibt scheinbar keinen Nick mehr Ja? Also zumindest... Äh... Nicht, dass man mit ihm reden würde Weiß nicht, ob er als Händler nochmal auftaucht Und sie ist ja nicht da, also wenn du Geld ausgeben willst Dann gönn uns was beim... Bei mir Ja, ja, das stimmt Hm, was möchtest du? Äh, nimm mal das billigste Max-Item Was ist das da? Ja... Okay, von mir Here you go Wallet upgrade the one Äh, fast schon Ja, ich weiß nicht Das 10er Limit haben wir tatsächlich erreicht vorhin Äh... Äh... Mit den A-A-Acht Bomben, die du aufeinander gestapelt hast Also es hat auf jeden Fall 15... Also... Scheinbar, ja Wenn die Gegner getroffen haben, dann ist er erstmal gestanden Die... Und das war hilfreich Irgendwo habe ich einen Turret gebaut Und auf einmal ist halt dieser Eisblock dran vorbeigefahren Und der Turret wurde mitgenommen Ich hab so... Okay, sure Okay, also kaufen wir nichts mehr Nee, wir haben hier nicht so viel Wir müssen sparsam sein Dann speicher mal Denn Die heutige Aufnahmesession findet jetzt langsam ihr Ende Diese Sitzung 545 Minuten Ah ja Na inklusive zwei Essenspausen Das ist ja voll weird Wir müssen also jetzt mit der Story weiterspielen Sonst haben wir ja gar nicht mal alle Shops Das ist ja voll weird Neun Stunden hingeämmt worden Ja, sieht so aus Naja, gut Bewerten nicht vergessen Und ciao Tschüss